Sehr inspirierend, mutig, jemand zu dem man aufschauen kann, sowohl gewöhnlich als auch außergewöhnlich, sie gibt nicht auf, komme was wolle, sie akzeptiert sich so wie sie ist, Malala bedeutet mutig. Malala liegt auf der Intensivstation, sie wurde in den Kopf geschossen, weil sie es wagte Schulbildung für Mädchen zu fordern. Der Film hat mir die Augen geöffnet, er war sehr emotional. Malalas Vater hat sie dazu inspiriert, für das zu kämpfen, woran sie glaubt. Sie hatte eine Idee und die hat sie in die Tat umgesetzt. Sie besucht Mädchen in verschiedenen Ländern und sagt, ihnen gebt nicht auf. Der Film hat mir klargemacht, dass jeder ein Recht auf Bildung hat. Wer von euch möchte Ärztin werden? Wir müssen den Schritt nach vorn wagen und dafür sorgen, dass alle die gleichen Rechte haben. Frauen sind stärker als Männer. Sie inspiriert uns, für uns selbst einzustehen. Niemand sollte Angst haben müssen, zur Schule zu gehen, das ist ein Grundrecht. Sie schenkt den Menschen in aller Welt Hoffnung. Ich bin keine einsame Stimme, ich bin viele. Und unsere Stimmen werden lauter und lauter. Ein Lauder. Ein Kind. Ein Lehrer. Ein Lehrer. Ein Guru. Und ein Fan. Ein Stift. Können die Welt verändern. Können die Welt verändern. Es kommt der Moment, da muss man entscheiden, ob man schweigt oder sich erhebt. etwas losz. einen Untertitelung des ZDF, 2020